So, ähm, hallo, ruckel, 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 was haben wir hier, hallo, jetzt? Joyce und William hatten nie eine Garage Sale, mhm. Sie schrauben in den Tod, nur um ihre Tochter zu schützen. Suche Bullshit. Mhm. Das ist alles total spannend. Na gut, dann gehen wir jetzt erstmal zurück zu ihr. Und werden ihr mal den Morphium geben. War doch Morphium, oder? Nicht, dass ich jetzt gerade falsch erzähle. Ich meine, ja. So, hallo. Ja, Morphium. Okay, es war Morphium. Endlich, äh, gib mir die Blutpill. Ich bin sorry, ich bin knusig, aber nicht präzise. Geh an und pluggi es direkt in. Es ist so einfach. Und painlos. Um, okay, aber... Get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Um, stop me if I'm being too emo. But can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Okay, wo haben wir das denn? Hier? Nein, da waren wir DVDs. Dann vielleicht hier? Oh, mein Gott. I made that mix for her when we were 12. Mhm. Ähm, wo war denn... Wo waren denn die Fotoalben? Da vielleicht? Ist das? Fotoalbum, pass auf. Aber erstmal open, wie hier mal. Despite everything, there's still a happy family again. Mhm. It's cool that in this reality, Chloe really loves skating too. Okay. Überkommen wir auch noch an die Schublade. Hallo? Nein, das Foto kennen wir schon. Da. Hallo? What a bastard. I totally should have let Chloe steal your bullshit fund. Even if it wasn't another reality. Mhm. Na gut, dann... So, Chloe hat ihr eigenes Fotoalbum. Das nehmen wir mal mit. Und bringen es mal zu Chloe. Hallo? Jetzt. were wir mal mit. Mein Vater hätte mich verletzt. Wow, ein tolles Bild. Wir sehen uns in unsere Pirate gear. Wir sollten uns über Arcadia Bay übernehmen, wenn wir die Chance hatten. Es ist noch Zeit für dich. Oh man, da sind wir, machen Pancakes. Ich liebe das Bild von uns. Es ist schwer zu glauben, dass mein Vater das Bild nur fünf Jahre alt war. Es sieht aus, wie heute. Ich wünschte, es war. Ich auch. Diese Bildung... Vielleicht könnte ich... Ich weiß, Max. Mein Respiratungssystem ist failing. Und... Und es wird nur noch schlimmer. Ich habe die Doktorze gesprochen, wenn sie mich zonked haben. So... Ich weiß, dass ich einfach das Inevitable verletzt, während meine Eltern sterben. Und ich will, auch. Das ist nicht so, wie ich es will. Was? Was hast du gesagt? Ich sage... dass ich mit dir wiederum bin, ist so sehr, sehr. Ich wollte nur, als wir Kinder waren, rund um Arcadia Bay, und alles war möglich. Und du hast mir das Gefühl, heute. Ich will, diese Zeit mit dir... zu sein, meine letzte Erinnerung. Du verstehst? Ja, ich verstehe. All you have to do, is crank up the IV to 11. Ich will wissen, was passiert, wenn wir das tun, aber... Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Nee. Ich weiß, wir können ja eigentlich... wieder zurückspulen, sonst lade ich neu. Komplett. Da habe ich... Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir es tun. Aber eigentlich bin ich dagegen. Ich bin mir grad nicht sicher, ob wir zurückspulen können. Eigentlich wäre hier... das ist die richtige Antwort. Das wäre... auf jeden Fall die falsche. Das können wir nicht tun. Nein. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir ja sagen. Aber wir... wir können zurückspulen. Und sonst lade ich neu. Schöne... 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 Ich werde nur... driften in die寝te... Dämmen von uns hier zusammen... ... ... ... ... ... Danke dir so sehr. Ich bin so stolz von dir, dass du folgernst. Das kann ich so nicht lassen. Ich möchte zurück spielen, aber jetzt möchte ich auch hier weitermachen. Ich weiß es nicht. Ich fokuss mal an das Foto. Ich mach das mal. Ändern wir wieder die Vergangenheit zurück? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Jetzt muss ich wieder, das ist mit der Maus so schwer, diese Stelle zu finden. Guck mal, sobald man kann nicht wieder zurück, dann verwischt das einfach noch mehr. Nee, das war alles falsch. Das ist Taloo. Na komm. Hallo? Ich kann die Stelle grad nicht finden. Finde ich die Stelle grad nicht, das... Ach, ich kann das auch hier mitmachen. Ach so. Ja, da verwischt das wieder. Jetzt. Nicht. Jetzt. Ich persönlich wäre auch zurückgegangen, hätte es nochmal geändert. Was? Ja. 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 Du kannst mich nicht immer wieder weg. Und keine Chloe und Max Wein-Tastung-Zession. Dad. Du kannst es nicht, weil heute deine Mutter ihr Mutter hat uns eine Welt-Famuse Salmon-Suppritte mit einem Schöpfel-Köpfel-Köpfel-Köpfel-Köpfel-Köpfel-Köpfel-Köpfel. Max, du bist hier, nicht? Sie ist keine Ahnung, ich bin. Das macht es alle. Max, du bist so fucking strange. Like, you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I... I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different. Like, my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen. Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Alles geht wieder zurück. Aber ich persönlich hätte es... Wenn ich jetzt da wäre, ich hätte das auch gemacht. Aber wenn ich Max wäre, ich wäre auch zurück gegangen und hätte es wieder geändert. Sie war vielleicht am Anfang glücklich, aber wie man sieht... Also ich hätte nicht damit... Ich konnte nicht damit leben. Ich hätte auch nicht damit leben können, sie umzubringen. Nee, das hätte ich auf jeden Fall wieder rückgängig gemacht. Jetzt ist es wieder rückgängig. Und wieder beim alten, die wir angefangen haben. Ich hoffe, dass das gut ist. Mal schauen. Mal schauen. Chloe, you're alive. Yes. Whoa, whoa, down, Max. You get one kiss, now you're all over me? I'm just... I'm just, I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. Puh, ich bin froh, dass wir wieder hier sind. I don't think you can tell Chloe about what happened. Let's look at the big board and see all our pieces in the puzzle so far. Vielleicht sollten wir das ihr vielleicht sogar zählen. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. Uh, what things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. It's your power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. I can't abuse this level of my rewind power. This butterfly photo seems like a million years ago. How many times have I altered since. Oh no. That poor little bird has been trapped in here. Tja. We have him freigelassen. Na, I'll look at the room again. Would I say. Where is he setting? Wo is he then? Can we not find anything else here? No. You can already go, go ahead. Ich hab noch nicht einmal nach den Fotos geguckt Vielleicht hab ich auch schon was verpasst Das kann natürlich auch sein Ich geh nochmal kurz zurück und schau mal Ob ich hier noch irgendwas machen kann Chloe, Foto Ach, guck mal Da können wir doch noch eins machen So Hallo Gut, oh nee, wollte ich auch nicht Ähm, Etapp war das, ne? Ja Äh, Episode 4 Okay, das erste Foto haben wir jetzt Nee, der Rest, das sieht so aus, als würde das alles noch Noch kommen Aber wir haben schon mal das erste Foto Das freut mich, ja Haben wir eine SMS? Was von Chloe? Okay Hello Fragezeichen Okay Was hat Justin geschrieben? Hm, äh, ist der Nee Okay Warren In this case Yes, my folks will shit Okay Und Rachel Marsch Thank you Thank you Mr. Marsch Thank you Mr. Marsch Okay Das geht darüber Und was will mom Okay Und das ist gut so, finde ich Und das ist gut so, finde ich Achso, hier können wir uns einfach nur wieder hinsetzen Das wollen wir aber nicht Das ist meine Chloe Ja Okay Ich glaube, das kennen wir alles schon Na gut Ich würde fast sagen, wir gehen da einfach mal runter In die Garage Das sollen wir auch noch tun Na dann Ab geht's Ich werde fast sagen, wir gehen da einfach mal runter